Widerstand ist für mich ein Glücksmittel auch. Es ist ein Wesen der Kunst, anarchisch zu sein. Von der es ja auch so einen Satz gibt wie, wenn du ein Leben haben willst, dann raube es dir. Es ist eigentlich die Befreiung des Menschen in die Vielfalt der Möglichkeiten. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag. Rassisten, Faschisten, wie konnte es so weit kommen, haben in Parlamenten Sitze gewonnen. Das kann die Kunst und die Kultur und so wollen wir weitermachen und die Utopie in die Herzen der Menschen tragen. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.